Heute eine Lektion Qigong zu Hause machen. Dritte Übung. Heiste sein Zhi-Fishan, die Flügel öffnen. Diese Übung auch volle Lunge medial stimulieren und helfen Schulterprobleme und arbeiteten auf den Halsmuskeln. Auch die Masse. Fuss wie Schulterbreit. Natürlich stehen, auflegen und Erde holen. Wie eine Seidefaden ziehen. Eher Boden sinken. Nach der Boden schauen. Langsam das Einatmen. Schulter nach vorne. Ausatmen. 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 Autosxis lunchen. Für etwas aussatmen. Ausatmen. Dies ist nicht nur ein paar Seiten. Segen. Und für den Füßen. Anja. Außen. Aufsatmen. 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 Machen Sie ihn zusammen. Das war's. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020